Man muss einfach Spaß dran haben. Denke ich jetzt eigentlich, das Motiv ist das richtigste. Und da haben wir ja jemanden, der das uns ganz toll macht, auch mit den Faubvorschlägen. Und wir setzen es dann einfach an. Man hat Spaß dran. Es ist ja wichtig, dass man Spaß dran hat. Und dann wird es auch was.